Hallo, mein Name ist Wolfgang Geldgenz, ich melde mich hier vom Heilbronner Bildungsstreik. Guten Tag, können Sie mir sagen warum gestreikt wird? Wir haben mitbekommen, dass es für alle Bildung da sein soll und praktisch wegen den Studiengebühren und alles, dass es einfach scheiße ist, weil sich das nicht alle leisten können. Ich finde es voll der Schwachsinn, dass wir für Lehrmittel zahlen, für Studiengebühren zahlen, Schulgebühren und allen Scheiß. Wir wollen natürlich, dass unsere Schulen besser werden. Ich finde es sehr angebracht, es ist mal gut, dass wieder so eine Aktion gebraucht wird. Ich werde immer in eine Schublade gestellt, was eigentlich gar nicht stimmt. Mein Aussehen heißt nicht alles, ich habe viel im Kopf, das will ich den Leuten zeigen, aber ich komme nie dazu, ich kriege nie die Chance. Es fängt schon die Grundschule an, die werden gedrillt, alle Gymnasien und so und dann ist es einfach nicht gut. So hört sich Bildungsstreik an. Und auf null, retten wir los! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017